Oh, hallo. Hallo, Thomas. Hey. Wehe, du verkackst es. Oh, wehe. Hi, na, wie geht's denn zu euch? Ne? Fahren wir eine Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Lauf! Also, ich mach heute keine Party. Ernsthaft, ich hab einen guten Perk raus, können wir uns schon meine schlechten? Nein. Nein. Ich bin echt zu hohl, ey. Hilfe! Was denn? Aua! So rennst du? Hilfe! Nein! Hä? Was geht denn mit dir? Was soll denn das? Hör auf damit jetzt. Lass es. Hör auf. Hör auf. Jetzt. Hör auf. Komm, wir lassen das jetzt. Wir lassen das und haben uns alle lieb. Piep piep piep. Haben uns alle lieb. Sag mal, ey, diese widerliche Musik. Ne, ich hab gar keine Lust drauf. Gatti ist so pervers. Ich glaub, jetzt müsstest du auch Stufe 2 sein. Leicht? Ich glaub ja, Stufe 2. Hab ich auch Stufe 3? Ne, Stufe 3 hört sich länger an. Meine Teekanne pfeift und ich kann grad nicht. Vielleicht ist die Teekanne eine Pfeife. Ach Gott. Ich glaub, die Teekanne kannst du in die Pfeife rauchen. In die Pfeife rauchen. Das ist nicht so. In der Pfeife rauchen. In der Pfe... Du wolltest wahrscheinlich nicht in der Pfeife sagen. Achtung, 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 Achtung. Was ist denn? Äh, ihr dürft euch jetzt nicht schlagen lassen. Bitte. Wieso nicht? Ja, sonst seid ihr sofort down. Was ist, wenn ich das möchte? Ja, dann bist du auch... Okay, jetzt ist das sowieso sofort down. Was geht denn mit dir? Ey. Aggressiv hier. Schlägt die Wände. Ey, ich... Hör auf damit. Ich weiß nicht, wo du bist. Gott, weg hier. Ey, ernsthaft. Ich... Ich höre irgendwelche Töne, die ich nicht definieren kann. Na? Au, au, au. Was? Wohin gehst denn du? Oh, ja, sorry. Sackgasse. Scheiße, ich wollte raus. Du hättest mich gar nicht gesehen jetzt, gell? Doch, ich hab dich schon gesehen. Aber ich hab gedacht, da ist auch ein Fenster. Aber... Ja, deswegen sag ich, du hättest mich... Ich wär einfach rausgegangen. Äh, hättest gedacht, ich wär raus. Ah, kackt. Ach ja, schiast, ne? Halt auf die Fresse, Frau. Okay. Okay. Kemper. Was? Und jetzt? Wie? Nee. Och, komm. Jetzt nicht so assi-kack hier. Will ich? Nein, kein assi-kack hier. Was soll denn das? Alter Scheiß-Camper. Ist wirklich so, ne? Ja, ne... Sorry, ich, ich... Niki, ich würde dir sehr gerne helfen, aber... Geht nicht. Der Kehr ist einfach... Letztlich da. Ich hab schon wieder was da im Nacken hängen. Oh, nein. Ach, Niki. Es geht einfach nicht. Ach, Niki. Es geht einfach nicht. Ach, ja. Aber wir haben schon voll viele Generatoren an. Du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Goh, du schaffst es sogar. Oh, nein, schaff ich nicht. Fick dich. Fick dich. Fick dich einfach. Gott, zwei Sekunden. Zwei verkappte Sekunden. Ja, das war knapp. Bist du tot? Bist du nicht tot, oder? Ja, doch. Nein, ist nicht. Doch, klar. Jetzt direkt? Ja. Der Feuerassi. Das war jetzt irgendwie ein bisschen ziemlich schlau von mir, ne? Schlag mich. Nein, jetzt nicht mehr. Alter. Sag mal, was ist das für Musik? Das ist Schleichenmusik. Seine Perk. 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 Aber du musst halt Zeit finden, das wirklich dann zu machen. Mit dem Perk. Ja, vor allem, du schleicht ja wirklich. Ja. Und dann kannst du halt in der Zeit nichts mehr machen. Bist easy so einer, der camped, oder? Eigentlich ja nicht. Was macht der? Eigentlich eher nicht. Eigentlich eher nicht. Klingt nicht gut, ne? Ja, aber jetzt musst du ja campen. Entweder holst du ihn, oder machst Generatoren. Ja, kannst du nicht machen. Mehr Auswahl hast du nicht. Ja, gut, dann mach ich das mit dem Generatoren. Oder du suchst die Luke. Genau. Was hab ich grad selbst von der eigenen Musik erschreckt? Hallo? Ach, verdammt. Oh, daneben. Nein! 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 Du hast ihn grad nicht gesehen. Ich hab gesagt, jetzt hat er. Aber er hat ihn nicht gesehen. Als ich da beim Generator saß, ne? Ja! Du bist vorhin am Generator vorbei, hast du geguckt und bist wieder gegangen. Kommt er zu zweit da. Kommt er zu zweit da. So ein Fluchtversuch. Ich schleich sogar noch. Jetzt könnt er abhauen, komm ich schleiche. Ja, komm! Ja, komm! Wenigstens eine Runde. Glaub, der hat ja einen leichtes Aggressionsproblem. Ja! Für die schlechte Runde letzte. Die schlechte letzte Runde. Die war aber wirklich sehr, sehr kurz, ne? Also, wenn der Perk mal aufgeladen ist, dann... Prost Mahlzeit! Ja? Ende der Folge! Ja, Ende der Folge! Ja, Ende der Folge! Oh! Oh! Wieder 20 Minuten! Magen! 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 Wir sind der Karte. Aber mit dem Stoppa bei den anderen vorbei. Und... ...und... ...neuchsten Folge wieder. Bis dann! Auf Wiedersehen! Ciao!